Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem YouTube-Kanal ScareMyP Heute wieder zu einer Runde 4TBs Unleashed, mit dabei ist der Magic Styles und der DennisW100 Und ja, wie ihr seht, what the fuck, hier sind so ein paar neue Dinge Und zwar ein Extractor mit 12 Overclockern So ein elektrischer Ofen mit 10 Overclockern Und ein Zerkleinerer mit 12 Overclockern wieder Die haben mit dem Aufnahmekack ein bisschen weiter gemacht Und zwar halt diese Overclocker gemacht Das geht jetzt so unglaublich schnell, ich kann das ja mal zeigen Nehmen wir mal 32 Eichenholz Oh, da geht gerade das Kaktus rein Wie ihr seht, obwohl der elektrische Ofen trägt eigentlich nicht mehr Nicht schneller Er verbraucht zu viel Ja, könnten wir das irgendwie Ja, da bräuchte man eine bessere Batterie, die man reinleitet Nee, man braucht bessere Kabel und es muss transformiert werden Welche Kabel zum... Nicht unbedingt Nicht unbedingt Was ist mit den Bären los? Doch, weil sonst... Transformer Upgrade Ja Was ist mit den Bären los? Bei uns vom Upgrade ist das nicht so richtig Und wie ihr seht, die Bären sind gewachsen, so ein kleines bisschen Ja, das ist... Oha, schich Boah, die eilig mal ab Ich will echt wissen, wie viel wir davon bekommen Ja, die Bären haben's drauf, weißt Boah, krank, Alter Und ich bin gestorben Jetzt ehrlich? Wann? Ja, ich bin doch in Lava gefallen, weißt du nicht? Ach ja, genau Dennis hat seine Sachen verloren Armes Dennis Und ich hab star... ein safari-netz Single-doss, Dennis Shiny-Inget Eisenbahnen, Bärenstein, Stahlschuhe und Stahlhose Von so einem Backpack, den ich bekomme, war das Äh, meine Portugam Ach so Ah, wie cool das aussieht mit den Bären, ne Ich finde die Mellowberry sehen irgendwie aus wie die Essenz-Bäris Ich hab... Was hat eigentlich meine Farben gemacht? Ach so, wir haben übrigens jetzt so... wie heißen die nochmal? Ähm... Tankler, oder ne? Bären? Ja... Mach mal kurz Ja? Ich hab was tolles für dich Ja Und äh, übrigens wir haben jetzt hier so'n Äh, halt wie gesagt so'n ähm... Was ist das? Ein... Geothermale Generator, der aus so'n Neta Energie bekommt, oder? War das so richtig? Ja, ausm Neta Neta bekommt er halt Energie Also Lava Ja, Lava und... Und ist einfach richtig geil Ja, was ist... ach so Evan folgt dem Weg So Und ich hab da... ohhh... Ich seh schon was sehr schönes Das ist... äh aus ja ich hatte vor brownstone da rein zu tun aber ja genau ab hier kommt brownstone ja weil ich erst ab hier so viel brownstone hat also genug bei uns noch von der hitze bis hier hat er wird oder bis hierhin bis hierhin bis zu dem auf den stein rät man schneller deswegen wie kann man den machen 10 und kies straßen stufen ja ich mache später ich mache jetzt eine enderman farm und männer werde ich bestimmt genug haben wenn ich die kann man die dinge als machen du brauchst zähne und kies nee warte wie heißt der stein hier braune straßen stufe ja also die macht man dann aus den normalen bei uns sein der macht man dann so eine straße ein meißel braunstein wie macht man ein meißel habe ich schon ein also braucht man nur ein dafür ich weiß es nicht ob man den nicht aber irgendwann was wenn ich kies in den ofen packen nein also in die schmelze halt ja also nicht in die schmelze in so eine gussform und darüber hingießen es ist mir auch schon mal passiert ja wo habt ihr so viele oberglocker her gebaut also wenn du hier runterfalls versuch bei den ranken zu landen da hält man sich dann fest und er leidet kein schaden ein herz kein essen ich bin hier ist voraussetzung oder wenn ich jetzt ist mir auf alle wiesen skype zu essen wer hat skype ist doch denn das wo ich hatte denn es die ganze Zeit erscheint nur wegen ihm richtig gemacht denn es kann mehr du kriegst es ein skype aber ich glaube ich werde ich sonst veröffentlichen das ist die skype wie die gessen ich wollte es fast eine enderpelle werfen hat wenn ich aber verrückt in die dünne 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 aber wir haben jetzt hier mal diese um die Bisschen hat und machen die Bisschen zu den Bisschen so was ich nicht der Bisschen die wachsen sind nach wie macht man den besten kaputt mit umgebracht mit der Hand also ja mit der Hand meine ich also hatte gerade an ein anderes Aspekt schreckt das sind also ne äh egal warte, soll man am Neta Portal die Skyberries hinpflanzen? ja krass aus ne äh ich meine weil die aus dem Neta kommen ja komm machen wir kann man die endlich auch mit ähm vermehren die Skyberries also sind mit noch mehr was ist einer von euch? ö ч ö ist Suppose ich glaub' schon ne glaub nicht weiß aber nicht äh mit den richtigen Umsetzungen vielleicht mit der Ritz болts quack glaub die werden schneller großen dann wächst der neue Regel wieder geräuschen machen darauf keine ahnung wenn die genoss ist wie die anderen oh mein gott mir geht das holz aus da gibt es dann aber umfahmen der stimmt in meinem system geht die labe auf holz auf weil ich hier alle meine maschinen mit holz betreibt eben nicht er bringt es nicht äh essen fahren zu machen dann sehen wir brauchen wir unbedingt ein 30er verzauberungsdruck du meinst das eine klubbücherregalen ja da muss ich habe ich jetzt der enden manche machen keine ahnung kennt die man nicht was war die frage ob die skype in meter stelle hat er musste dies kann aber dann nicht für skype ist die aus dem meter ja doch ist für alles ja die macht was ganz interessant ist eigentlich wir werden diesen hässlichen jungen gebaut gute frage ich glaube das war der max ja mach ihn weg muss jetzt noch gebrauchen erde erde brauchen wir erde brauchen wir ich habe eins für einen für dich muss jetzt extra noch ein griner bauen das ist das was ein denkst du uns fein da er macht alle viecher kaputt mit 999 1999 schaden kurz gesagt großes bumbum oder bumbum beim mobs kurzversion braucht jemand von euch dennis guck mal brauchst du das kann das oh sorry nom 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 ich will damit nichts anfangen oh gib gib na was ist das ich will den bahn sehen das ist shiny ohr ach so cool aber daraus kann man nicht viel craften oder naja das wichtigste halt was man was bringt das denn weiß ich nicht soweit ich weiß kannst du nur ein upgrade bauen und da gibt es auch ein besseres upgrade hoffsere mann hat möchtest du eine mehre äh leute ja hier sind hier sind bloß sieben endermänner die sich prügeln pool ja tropft die enderperlen tropft sie tropft ich habe eine für dich ich will dir eine enderperle geben ich will dir eine enderperle geben ich will dir eine enderperle geben ich will ein wildes dennis fahren nötig dennis herrlich und ich merke das gar nicht ich hab nur noch andere Ferzen zieh nicht angst wer für die wer für die hier also brauchst du noch ein endermann äh was ich denn sagen was soll ich denn hinpacken nirgendwo aber die verschwinden die ganze zeit diese endermänner ja ja ich will das gerne machen so wie immer ein eisenhelm zwei forst mit pocket of force stock und ein eisenmussponsor dennis hier muss er für dich dennis hier hast du ein eisenhelm das hast du schuhe stahlschuhe und stahlhose alles ganz neu lol eisenstahl ja ja ich hab die ähm nein kann ich vielleicht ein bisschen Kupfer von euch klauen Kupfer ja beim ähm nur wenn ich auch was klauen darf von dir ne ich hab noch Kupfer ach schade soll ich grad angeben dass ich Kupfer hab äh was ist wenn ich hier rein springe wo rein wo hier rein echt naja du leidest ein bisschen schaden toll jetzt ist es ne Crowey Blut Crowey vor allem das gibt's äh ja in der Version gibt's noch nicht mal Blut das lustige ist aber dass wenn du Ferris einschmelzt heißt das Teil Blut was da kommt hier brauchst du brauchst du bucket of force genius naja das kann man sicher tolle Sachen machen magic cells oder denis brauchst du brauchst du das bucket of force definitiv für irgendwas das ist ein bisschen ja auch ja kein mein Ding aber okay das kann man damit alles abbau und steine und der und dreck oder wie und ein Multitool und das hier man kann nicht alles abgebaut werden nur noch nicht und veröffentlicht ja er hat die Führung Prozent aber was anderes vor Ort so ist so lieblich so was zum Woche gemäht wir uns in Endermatter verschwinden, ja. Ah, ich komme nicht mehr raus! Ich glaube, das Gelbung hat böses Zeug gemacht. Boah, hast du auch dieses Lederlappen die ganze Zeit im Kopf? Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich muss die Lederlappen fahren. Ich muss die Lederlappen fahren. Ich habe nicht ganz viel Erde. Ja, ich. Wie viel Erde hast du? Äh, tausend irgendwas, glaube ich. Dann gleich mal alles. Ne, ich muss es für den Weg machen. Weiß es nicht. 600, äh, ja. Ich habe mir ein bisschen gegönnt, ne? Alles. Ich habe mir ein bisschen gegönnt, alles. Keine Sache, ich habe mir das immer wieder. Oh, ganz Mann. Und da ich pass aus früher. Ja. Deine Zinnfarm, äh, deine Farm ist voll, ne? So machst du nicht? Ja. Alle Bären. Stimmt, ich brauchte eine Schaufel. Hm, okay. Und warum ist der Crafting Table immer so weit weg? Wow. Will der was in mein Haus anbrechen? Will der was in mein Haus anbrechen? Komm mit. Dich lege ich jetzt erst mal hier zu reden. Oh, wer die Centi-Turid in mein Haus gesetzt? Wer die Centi-Turid in mein Haus gesetzt? Wer die Centi-Turid? Hä? Ich glaub, Feder konnte man nicht mal herstellen, oder? So, ich bin mir zu freuen und hat mir noch nen Equid-Motor gebaut. Ja, weil man schreibt sich verloren beim Sterben. Na, ich bin mir zu tun, was man auch mal machen kann. Das hat mir noch ein Level gebaut. Ich hatte schonen, die Miene. Zip-Zip! Zip-Zip, zip, zip, zip. Zip-Zip, zip! Zip-Zip. Zip! Zip-Zip! Zip-Zip! Was, was, was für'n Weg? Den Weg. Den Bärenweg. Ich will in dieser Folge noch zu Ende machen. Wir haben noch zwei Minuten, Dennis. Auf, auf. What the fuck? Dennis! Oh nein! Oh mein Gott, was war das? Das war diese Force Might. Oh, schieße. Dennis, du hast, äh, Clown-Verbot. Hier, alle. Dennis! Das Ding ist ja krank, warum baut das so viel ab? Dennis, hör auf damit. Der weiß, dass es kaputt geht und dann macht er das Puzzleim. Ja, warum? Ich krieg dir alle, ich kann ja wieder hinstellen. Du kriegst die Bären, kriegst du Bären davon? Nee, ne? Äh, keine Ahnung. Du kriegst die Bären nicht. Dennis, hast du Bären? Äh, ich hab 18 Blackberries. Oh, der Weg war so schön, ne? Nee, das war aber mehr. Das waren Blueberries auch. Oh, Dennis, der Weg war so schön. Und dann hast du jetzt alles kaputt. Also ich hab die Bärsche, die hab ich auf jeden Fall. Ja, oh so. Ja, aber, äh, aber, ja. Stimme, wir brauchen dann noch bisschen viel Weg. Ja, man ist viel. So, ich mach dann jetzt den Erdweg. Ich hab hier Erde im Gepäck. Lalalala. Lala, wo? Hier, zuck. Zack, zuck, 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 zuck. Ich hab eine Schafe, eine komplett neue Schafe. Ich hab aber eine Schafe. Ich hab da irgendwie komisch aus. Na, egal. Juck, zuck, 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 zuck. Naja, nicht mehr mehr. Juck, zuck, zuck. Ich will los. Ich will los. Pflanzen. Willst du grad Bären? Ja. Good joke boy. Und die böse Schlucht. Jetzt ich hab mir Lederstern noch gebaut. Oh nein, die Aufnahme ist jetzt zu Ende, Leute. So. Will jemand von euch mal denn die letzten Worte haben in der Folge? Letzte Wort. Na, habt ihr gehört, Leute? Leuten! Leuten, abonniere! Ja, aber wir kriegen Keks. Ja, jeder abonnenten, krieg einen Keks. Okay, nein. Ich stelle vor, auf einmal hab ich so 1000 Abonnenten und die verlangen wirklich alle einen Keks. Ich schicke ich so, Leibnix Keken, Kekse per Post und alle. Ja, du musst deine Mutter halt sagen, du musst mal so 1000 Kekse backen. Ja, aber wir brauchen den Kekse. Oh, okay, von zweiter Nix ist. Dann, den Beißwalt schon so, zweit, da geht ich später. Dann, den Beißwalt schon so, zweiter Nix ist der Kekse. Dann, den Beißwalt schon so, der Kekse ist fertig. Okay. Ich hab' so ein T-Shirt, also so ein Fernho雷 und er heating. Ja, das wird kosten. Ja, das wird kostenlos. Also, kostet für den. Also ich hab' ne Enderman Farben. Wenn die Enderman Farben braucht, ne. Ab schon 10 Stück. Momentan. Also, rein. Zehn Stück habe ich schon. Was kann man nennen? Lerner kann also auf jeden Fall kann man was Gutes mit einem anderen Willi und Trüster machen was bringt der? äh ist so ähnlich wie ein Jetpack ok ist er besser? also die muss du in die das ist Jetpack für Power ok ne die musst du in diese Powerarme reinmachen also das Powerarme im Jetpack macht man anders als das normale also ja wie viele Enderpellen brauchst du dafür? äh wenn man genau nachrechnet braucht man acht für einen Ion-Trooster man braucht vier Stück also 32 ich hab bei mir in der Kiste auch noch ganz viele weil letztens ganz viele Endertode ach so weißt du irgendwie kann es vielleicht schon passieren dass über 20 oder so wie viele waren das denn? keine Ahnung viele sehr viele kann es sein dass wirklich manchmal ein paar fast 100 Endertode spawnen kann sein ist ja ein hartes Modpack eigentlich aber ich hab das noch nie dennis hast du ja schon mal passiert? ist das bei dir schon mal passiert? ich hab das Modpack eigentlich nie gespielt ich hab das Modpack eigentlich nie gespielt da war da überall Ender-Männer und Ender-Trooster nur dennis ich und Icon Max wir waren auf dem Server ohne mich? ja du warst auch allein oder was war eigentlich mit Matic ach war das noch als ihr das Haus gebaut habt? man kann mir da gerade gar keine Gegner schlagen danach ja die Kralle ist irgendwie komisch ich hatte die das erste Mal am Neta ich dachte das wäre so ein Multitool auch zum Schlagen wohl nicht so Leute aber das war's dann ist wirklich von dieser Folge ich hoffe es euch gefallen wir sehen es dann in der nächsten Folge wieder ja wie gesagt ne will noch jemand von euch was sagen letzte Worte wirklich letzte Worte nicht? keiner? so Leute das war's dann von dieser Folge ich hoffe es euch gefallen bis dann ciao ho ganz anders oh so